Hi Leute! Ja, heute kommt das Auflösungsvideo. Jeder, der mein Konturvideo gesehen hat, hat in den Outtags am Ende des Videos gesehen, dass ich beobachtet wurde. Und da haben sich ja viele gefragt, wer ist das? Von wem wirst du denn da beobachten und wer hört denn da mit und so weiter? Und ja, heute verrate ich es euch. Und zwar wurde ich vor einiger Zeit per E-Mail angeschrieben von der lieben Yeshim. Das ist eine Hörfunkjournalistin beim WDR 5. Und zwar, ob ich nicht ein Interview für die Sendung Lebensart. Das ist so eine Lifestyle-Sendung. Und ja, ob ich da nicht ein Interview geben möchte. Und über das Thema YouTube, Beauty-Guru und so weiter. Und hab dann einfach überlegt, ja oder nein. Und ich hab dann einfach aus dem Bauch heraus ja gesagt. Und seitdem war ich so ein bisschen nervös. Ich wusste nicht, was und wie und was da kommt und wie das wird und so weiter. Und ja, an dem Tag, wo sie dann kommen sollte, war ich mit den Nerven ein bisschen am Ende. Aber ja, sie ist dann gekommen und saßen dann in meinem Zimmer. Und dann hat sie ein bisschen, ja, mit reingehört, wie ich meine Videos aufnehme. Und hat mir auch ein paar Fragen gestellt, die ich hoffentlich nicht irgendwie komisch beantwortet habe. Also man weiß ja jetzt im Endeffekt nicht mehr, was man da geredet hat irgendwie. Das ist ganz schlimm. Und ich war so nervös. Oh Gott, Leute, ihr glaubt nicht, wie sehr ich kaputt gegangen bin innerlich. Also ich saß da gegenüber von ihr und bin da fast zerplatzt. Und ja, dann hat sie mir gerade eine SMS geschrieben, dass die Sendung morgen, also am 24.07. um 15.10 Uhr im WDR 5 ausgestrahlt wird. Und da wollte ich euch natürlich Bescheid geben. Vielleicht möchtet ihr ja mit reinhören. Und ja, es ist fertig. Und es wird morgen ausgestrahlt. Also Dienstag, den 24.07. 7. um 15.10 Uhr im WDR 5. Und ja, da wollte ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Und ja, die mysteriöse Sache aufklären. Und ja, das war's. Ich hoffe, ihr hört alle mit. Und oh Gott, ich hoffe, ich habe mich nicht blamiert. Ich hoffe, wir hören uns im WDR 5. Und sehen uns im nächsten Video. Okay, bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns im WDR 5.10 Uhr 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 im WDR 5.